Zeig dem Daddy mal die schöne Waffe. Soh, die ist nicht schlecht. Oh. Ich hab ein Trommelmagazin. Ja, genau. Zeig dir mal hier die Shortgun. Zeig mal bitte. Ja, so eine ähnliche hab ich doch gehabt. Aber die verbraucht bei mir Exklusivstern. Bei mir nicht. Bei mir hat die Hälfte Schuss. Und mal 1.000 Watt mal 6. Also, ein sehr lustig. Nee, hat viel Geld belastet. Das war nicht so schwierig. Doch, ich hab mir grad irgendwas gekauft. Ich weiß, vielleicht war das sinnlos. Aber es ist auch so eine Errungenschaft oder so, wenn man im Shop so und so viele Lila an der Gegenstände so gekauft hat. Hm, ja. Habe ich hier zeitlich begrenzte Angebot 3. Was war das denn? Ich hab ein Shield. Ja, ein Shield. Wow. Der ist sogar in allen besser. Weil ich hab 25. 35.718er. Ey, der ist genauso wie meiner. Nur in allen besser. Der bringt mir plus 2.000 Gesundheit mehr als der andere. Der ist in allen besser. Gut, dass ich den einfach mal so gekauft hab. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Das war jetzt sehr nice, dass ich da mal vorbeigeschaut hab. Noch neun Level, dann kann ich ein, ein, ein Schild anziehen. Auf 1150. Ach so, du hast ein Shield von für Level 50? Mein Gott, was hat das denn? Hey, da hab ich vom Kollegen. Aber was hat das denn so für ein Shop denn so? Ach so, warte, kann ich hier gleich so abgönnen? Oder warte, wir können das ja einfach mal kurz vergleichen hier. Und so ist das ja viel schneller. Jaja, chill. Ich muss das nicht mal betrinken. Ich muss das nicht mal betrinken. Dann kannst du doch schon mal X drücken. Hm, hm. So. Jetzt kann ich X drücken. Moment. So, wo ist mein Shield? Mein Shield ist das. Nein. Nein. Nein, 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 bitte nicht. Ach, ne, Mod war das. Oh, Mod, okay. Ne, ne, die Mod hier. Ne, die Mod hab ich gekommen. Gesundheit. Oh, 5, 3 und 4, lol. Jetzt haben wir dann Schild. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja. Habe ich mir auch so gedacht. Also ich hab da einfach den Kopfball Valila. Und ich hab sie sogar so genug gemacht. Ich hab da auch Geld. Hä? Ich glaub du komm Bulli-Bombs oder Bulli-Rox? Komm hier. Komm hier. Nein, noch nicht. Komm rein. Alter. 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 Machen wir nochmal hier so eine Special. Geh. 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 Hallo links. Links. Mal du fest wie so ne Pottsaune. Wir sind schon da. Du musst da über die Brücke eigentlich, ne? Nein, wir müssen hier gehen. Ist für sie geboren. Nein, ich will da nicht we- Ich will da nicht weinen. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Komm wir gehen zu sagen, ich wär jetzt scheiß. Da ist nur ein Alphas-Gag. Eeeeh. Einfach reinbratzen. Da, 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 da. die hatte ich ja wirklich gut nach lang hat mich stuhl ich denn da ein der wussen wollte wo waren wollen jetzt gerade da ist er doch ja wie viel Leben da müsste jetzt sind er ja so auch damit er ein Leben bekommt ja da war auch nicht so viel live da ist 35.000 neuer wirst auch getrennt schweizendet aus durch die märkte die los ich heiße nicht mehr so ich erinnere 3 schweizendet und dann sich verarschen ganz knapp freunde das habe ich geschossen die kleinen missgeboten da oben ich singe da erstmal schon auch immer kommt anker runter gebraucht klar so ist es fand ich nicht immer etwas auf die da können sich welche dran verletzten ja verletzten er hat immer gerade wer sind ja sicher wir müssen aber es ist ja dann heißt es aber ich hier nicht eine truhe irgendwo dann heißt es hier bleibt ja ja also super wette zeit so erstmals legen mein schild wegziehen lassen und den dann anknallen den dann überraschen und den dann das live ich sagte das live ziel hey hallo hat er war für super bett das wollen wir doch schicken wenn du schlampe darum ist nämlich diese schweiz truhe die wollte ich nämlich haben gut zu verticken ja hat mich abholen welkom denn wo kommt denn her heruntergeballert hey wer mich nicht so mit heilen könnte irgendwie so noch ach so du bist schon reingeportet ja 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 genau das ist doch da unten oder ne da das hier das ist hier ach du ich kenne doch naja das hier ja 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 na komm bei dich alles noch ganz in Ordnung, ganz in Ordnung, ganz in Ordnung ich, ich habe jemanden verflüssigt wie bitte ich war jagen und hab was von der Ridiumzeug gefunden was? ich schmeiß dir erstmal hier Pistole drunter, ne die da waren ich glaub die 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 und die oh ich hab die aufs andere Rohr geworfen verkauf die doch einfach ich hab schon ne gute Pistole und da fliegt die da fliegt die nächste und da kommt die nächste boah ich wollte ja neun hier ja von Blatter für mich gerne äh von da bin ich das fuck gerade er ist mir fett gefahren scheiße ich komm hier nicht durch scheiße dein ernst du musst ab jetzt immer auf die Typen knallen Alter das Auto ist viel zu du kannst ja gar nicht fahren das ist der Auto oh da liegt das Auto das ist zu fett auf jeden Fall ja oh da war ja noch ein gegen da das ist wir sind aber gegen da vorweigegefahren das war ja noch mal auf dem Rohr vielleicht links bei mir ja ja ich seh es du kleine Wiese was jetzt stirbt man da ist mir von das Ventil dann schult das ja es ist dumm Alter ich krieg der mehr jetzt wo ich seh es ich fahr aber weg du solltest sie finden noch ein Kammerjäger was mal sehen ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary der Echo erleicht ähm Moment schon erstmal was für äh wir hier noch haben ich bin doch gerade erst gekommen ich bin ein bisschen im Stress weil ich einen Einfrau Krieg gegen die Tundra Banditen führe damit du Jack jagen kannst aber wenn ihr nach Gesellschaft ist lasse ich den Firehawk kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen nein nein du hast natürlich recht ja sicher ich könnte uns Kakao machen wir könnten über Jungs Quatschen äh ich ich melde mich wenn ich einen Kammerjäger gefunden habe zum Beleid das sorry sehr sehr gesprächlich sich einfach das interessiert geben das wirkt so ok hier durchwaschen hm ja klar scheiße scheiße und da kommen äh bis zu euch kommt schon mal nicht gib mal Eier an mach bitte gib Gas was was Mr. Skaggles boah boah uah 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 oah uah 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 jetzt für mich und sofern jeder kommt auf dieser feierstieg ja doch die können wir nachher öffnen bei der feierste gruppe aber ich lasse mich der für mich dazu sehe ich habe noch nie gesehen meist der schweiziger wird du bist du bist die flammen meister mutti ich weiß nur dass er den nach voll abwarten verladen ja ja gib mir den scheiß typen ach so die asche bringe ich ganz bestimmt nicht dafür habe ich keine zeit hatte ich eh vor wenn wir sind nieder ja ich habe ja ich habe auch eine mit 2000 und genug für alle sein ich habe eine piste die macht 1900 scheiße der türen ist natürlich dagegen das ist ja weil er selber mit feuer abwärmen handelt da einfach mal machen und korrigieren so leiser weg sollten zwar nicht kühlen aber wo ein kohle eine jetzt doch bitte jetzt nicht ja ich komme immer an die asche ich komme immer zu kohle ich bringe gleich mal was anderes ich bringe gleich mal was anderes Wieso denn jetzt eine Fackel? Was legt der denn auf, der Junge? Will der Stress haben? Werdes trocken.